Hallihallo Leute, willkommen zurück zur mittlerweile schon 37. Folge der Redstone Farm. Wie ihr sicherlich hören könnt, bin ich etwas erkältet, dementsprechend bitte ich das in dieser Folge zu entschuldigen und wir sind jetzt hier in der nächsten Aufnahmesession und wie ihr letztes Mal schon unter den Videos fleißig und auch richtig kommentiert habt, haben wir, beziehungsweise ich, Josef ist da aber diesmal nicht schuld dran, einige Fehler gemacht beim Bau der Creeper Farm. Die wurden beseitigt, das konntet ihr in der letzten Folge am Freitag bei Josef auf dem Kanal sehen. Die Farm sollte jetzt soweit ohne Probleme laufen, Monster sind aber gerade ausgeschaltet und bevor wir uns jetzt gleich der nächsten Farm widmen, einmal nochmal danke an diese Stelle, die Fehler hätten auch nicht auffallen können und dann hätten wir uns gewundert, warum die Farm nicht so effizient läuft, beziehungsweise warum die Creeper nicht da von der Stelle weichen, dementsprechend nochmal danke dafür und was wir jetzt als nächstes machen ist nochmal weitere Farmen um zu ändern in dieser Folge und zwar konntet ihr das schon letzte Woche Dienstag, so das sollte das für euch sein, ein Tutorial auf meinem Channel sehen und zwar habe ich ein neues Design für die Overworld Gold Farm entworfen, das hier einige Probleme erledigen sollte. Wie ihr wisst und wie ihr das hier auch seht, funktioniert die alte Farm so, dass die Creeper, äh nicht Creeper, sondern die Zombie Pinkman sich nur bewegen, wenn ein Spieler in der Nähe ist, das müssen wie gesagt, ich glaube maximal 35 Blöcke dürfen das sein und das ist natürlich für uns ein Problem, wenn wir hier irgendwo im Seitenbereich sind oder ihr als Spieler nachher das bei euch in die Welt kopiert und irgendwo da oben rumläuft, das heißt dann wird die Farm hier vorne nicht laufen, beziehungsweise die Zombie Pinkman würden spawnen, aber in den Portalen stehen bleiben und sich erst anfangen zu bewegen, ja, wenn ihr sozusagen hier in der Nähe der Farm, beziehungsweise sogar hier bei der unteren Plattform seid. Das ist für uns nicht wirklich zufriedenstellend, da das, selbst wenn man sich hier in der Nähe ist, das einige Minuten dauern kann, bis die runterfallen, dementsprechend werden wir jetzt uns am neuen Design orientieren und dieses funktioniert mit einer neuen Mechanik, die selbst Josef noch nicht kannte. Oha. Oha, oha, ja, ja, ja. Und zwar gibt es diese netten Schildkröteneier, die können wir mal raussuchen, die gibt es ja jetzt. Kannst du einmal das Mobspawning wieder anmachen? Nein. Nein? Nein, nein, nein. Difficulty Hard, machen sie mal Hard, damit ihr auch gleich die direkt losspawnen hier. Genau, ich setze jetzt mal hier vorne ein, äh, ja, Eck drauf, ein Turtle-Eck drauf und wenn wir uns jetzt einmal einen Pik-Man nehmen, einen Zombie-Pik-Man, wird er versuchen, das Ei jetzt zu zerstören. Das kann man ja machen, indem man, zack, einfach hier drauf rumhüpft, dann kann man das kaputt machen und die Zombie-Pik-Man werden mit einer gewissen Entfernung, die viel größer ist, als das, was wir jetzt gleich bauen werden, versuchen, dieses Ei zu zerstören. Oder auch nicht, ja, gutes Beispiel, zerstören sie das oder nicht? Ja, genau, ihr seht, die gehen hier zum Ei hin, hüpfen jetzt hier so lange drauf rum, bis das Ei kaputt ist und genau diese... Wie gemein! Ja, echt krass, ne? Das heißt, wenn du nachher in der Survival-Bale... Hüpf die da drauf rum? Das wusste ich gar nicht. Komm mal hier, dann kannst du es sehen einmal. Warte mal. Ja, jetzt dauert es... Oh, wie mies! Ich weiß, dass wenn man drauf rumhüpft, dass die, ähm... Wie gemein! Guck, jetzt finden die Pass-Funding-Mechanismus, gehen da drauf hin. Oh, wie mies! Oh, das ist ja wirklich... Das ist ja gemein. Ich meine, ich stelle dir das mal vor, im echten Leben, da liegen so Eier von Schildkröten, du gehst drauf so, hoppe, hoppe, Reiter, Wendefilter... Also, es ist so mies. Genau so ist es aber. Und genau die Mechanik wollen wir uns hier zunutze machen. Wir werden so ein Ei in der Mitte passieren und dann, egal wo wir in der Farm sind, ist es nur wichtig, dass das Portal geladen ist, werden dann die Zombie-Pik-Man versuchen, das Ei zu kriegen. Kriegen die natürlich nicht, wir bauen Fallschacht ringsherum. Und, äh, so sollte die Farm wesentlich effizienter laufen und vor allem ohne Probleme laufen. Klar, mehr spawnen wird's nicht, aber die fallen runter. Ey, weißt du, was noch passiert ist? Ich hab mal die Kommentare wieder gelesen unter den letzten Videos. Und zwar hat, äh, tatsächlich jemand oder mehrere Leute, es waren, glaub ich, zwei oder drei Stück, haben gezählt, wie viele Katzen wir in der einen Folge getötet haben. Oh, oh. Wie viele waren's? Rate mal. 18? Fast. 21 hat, einer hat 21 geschrieben, der andere hat 22 geschrieben. Ähm. Ja, da sind schon einige draufgegangen. 22. Ja, ja. Wir sind hier Liebhaber, ne? Ja. Sind ja auch nur hier Nutztiere für die Farm. Genau, Nutztiere. Wow. Ja. Ich kenn einen YouTuber, der heißt Katze, der wird mich dafür umbringen. Ja, 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 ja. Gut. Äh, theoretisch könnten wir jetzt hier alles zerstören. Ich glaube, dass es nicht so sinnvoll wäre, jetzt hier alles zu zerstören. Weil das ein bisschen viel Arbeit ist. An sich, äh, ja, die Spawnflächen sollten wir auch noch beseitigen. Können wir die Farm jetzt hier größer bauen? Haben wir aber gesagt, machen wir nicht, wegen der ganzen Kabellage. Und hier, ach komm. Jetzt ist ja auch schon der erste Zombie-Pigman gespawnt. Und wie ihr seht, steht er jetzt hier erstmal nur rum und wird sich halt irgendwann zufällig freiwillig bewegen. Und ich zerstöre jetzt hier einmal kurz die Portale. Entschuldigung für die Lacks. Oh, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Nicht, dass wir hier ins Nether fliegen. So, so. Und jetzt wollen wir das machen, dass die Zombie-Pigman hier zur Mitte laufen. Die Mitte hatten wir, glaube ich, nicht ganz genau festgelegt. Können wir aber mal kurz machen. Das heißt, wir markieren uns jetzt mal hier einfach jedes zweite Portal. So können wir dann die Mitte kurz ausmachen. Ja, die Mitte ist ein Block, der hier ist. Also das heißt, hier haben wir ein bisschen schief sozusagen gebaut. Und wir werden jetzt die Effizienz der Farm ein bisschen, also die Spawnrate der Farm, ein wenig einschränken. Das können wir eigentlich komplett dann rausnehmen. Und die Wand in der Mitte können wir am besten aus Glas machen. Dann kann man sehen, wie das Ganze nachher in Action aussieht. Ja, auf jeden Fall. Dann müssen wir mal gucken. Wir müssen nämlich auch hier noch einiges an optischer Arbeit machen. Und vor allem den ganzen Baukram zum Bewegungsapparat, also wo die Spieler sich nachher überhaupt rumlaufen können. Das wird ja auch noch mal einiges sein. So, die Decke nehmen wir auch raus. Das kann ich aber auch gleich kurz mit Blink-Edit machen. Und dann ziehen wir jetzt einmal von hier bis hier vorne. Füllen wir das mal mit, was ist das für ein Glas gewesen? Purple? Ja, ne? Ich meine mich zu erinnern, dass es Purple war. Ja. Füllen wir das mal kurz auf. Jo. Das war richtig. Dann können wir jetzt hier gleich reingucken. Die Decke machen wir auch einmal kurz zusammen. Zack. Bis, 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 bis. Hier ist die Breite. Bis hier vorne. Jetzt musst du mir noch mal sagen, wie meine Lieblingsblöcke heißen. Die grauen. Die, ähm, die, 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 die Smoothstone meinst du wahrscheinlich, oder? Genau, die meinte ich. Die Smoothstone. Ich wusste gerade nicht, worüber du redest. So, füll. Dann nehmen wir hier den Smoothstone-Block. Und zack, dann sollten wir auch das hier füllen. Und dann machen wir das gleiche hier nochmal bei der Rückwand. Dann sieht das optisch alles einigermaßen aus. Und zack, fill, set, block. Und dann machen wir auch hier, ja genau, schreiben sollte man auch Smoothstone hin. Und dann, ähm, 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 sollte man auch noch Tab drücken, dass sich das wieder auffüllt. Und dann sind wir hier auch schon fast einsatzbereit. Das heißt, wir bauen das jetzt mal ab. Und setzen hier vorne, damit die Zombie Pigment denken, dass auch hier noch ein voller Block ist, auch wieder Schilder hin. Und dann benutzen wir im Grunde genommen die gleiche Technik, wie wir die auch, äh, bei der Creeper Farm benutzt haben. So, dass die Zombie Pigment versuchen hier hinzugehen. Die Mitte markieren wir uns einmal. Können wir mal erleuchten, dass es nachher ein bisschen besser zu sehen ist. Das sollte die Mitte sein. Und damit die hier vorne hinkommen können. Ah, wir können die Effizienz noch steigern, Josef. Oha, ich bin oh? Oha. Nee, ich bin ganz oh. Und zwar müssen wir hier keine Lücke mehr setzen, das fällt mir auch gerade ein, das habe ich ja auch im Tutorial gezeigt. Und zwar können wir theoretisch jetzt hier alles mit, äh, Portalen füllen. Weil die Zombie Pigment 15 Sekunden lang, nachdem die im Portal gespawned sind, nicht mehr despawnen. Und, äh, dadurch, ähm, können die sozusagen selbst, wenn die hier ganz hinten sind, bis nachher vorne laufen, ohne dabei durch ein anderes Portal wieder zu verschwinden. Ah, das ist gut. Das heißt, wir haben hier zwar ein paar Portale verloren, aber es kommen halt super viel noch durch die anderen Seiten hinzu. Ah, das ist wirklich gut. Ja, okay. Gut. Das heißt, wir müssen aber hier nochmal ein bisschen jetzt hier arbeiten mit unserem geliebten Tool, BlingEdit, ne? BlingEdit ist das Beste. So. So, ich glaube, ich habe gerade auch endlich das Problem der Probleme gelöst. Was ist das Problem der Probleme? Wie kann ich die Anordnung der Items in der Minecart gezielt ändern? Ah, ja, ja, ich erinnere mich. Warte mal, jetzt sind wir hier sogar ein Block zu weit. Da werde ich den mittleren aus... Nein! Ah, nee, das hat nicht geklappt. Ach, es hat nicht geklappt. Ah, die Logik ist nicht gut. Immer diese Kleinigkeiten, ne? Ach, deshalb. Oh, ich bin... Ja, 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 das war dumm von mir. Okay, ja, 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 also die Idee war gut, aber, nee, war sie nicht. Die Umsetzung schwach. Die Umsetzung schwach. So. Ja, schade, dass man diesen Setblock-Command nicht noch ein bisschen schneller ausfüllen kann, wenn man überall immer das gleiche Material nimmt. Anklicken oder einfach, wenn man das gleiche Material nimmt, einfach im Chat nach oben. Kann ich, wenn ich Setblock jetzt nochmal wieder von oben setze... Ja, du musst erst Setblock anklicken im Chat und dann gehst du einfach Pfeiltesten nach oben und wählst es nochmal an. Also muss ich jetzt Füllklicken wieder? Ja. Nee, dann geh ich durch, warte mal. Ich will es jetzt hier auch nicht ausprobieren, ehrlich gesagt, nicht, dass hier irgendwas kaputt geht. Das muss ich jetzt nochmal irgendwann im Singleplayer testen. Warte, warte, warte. Auch hier füllen wir das mal auf mit Obsidian. Zack. Und dann sollte das auch hier passen. Auch hier die Seitenwände geht leider ein bisschen die Optik verloren, aber da können wir wenig machen. Wir könnten überlegen, ob wir hier so Sichtfenster reinmachen. Das mache ich mal gleich. Und dann sieht das auch alles ein bisschen besser aus und dann kann man auch sehen, wie das funktioniert. Hast du die Kommentare unter dem Freitagsvideo gesehen, wo wir über die Uni gesprochen haben? Ja, das fanden die wohl ganz cool. Krass, wie viele Leute auch aus Münster kamen. Hat mich gewundert. Ja, wir müssen mal... Ich hatte heute im Livestream diesen Mentimeter-Test gehabt, wo man tatsächlich so ganz viele... Also man kann das einstellen, dass man eine Frage schreiben kann und die laufen dann in dem Bildschirm... Die gesamte Zeit laufen die Fragen nach oben in so einem Stream. Total geile Idee, wenn wir mal, falls wir mal so einen FAQ-Stream machen für uns. Also es ist ungemein leicht, dass da so uns Kommentare geschickt werden, wenn da ganz leicht drauf eingehen. Stimmt. Und du könntest auch theoretisch auch die Zuschauer direkt mit irgendwas einbeziehen, wenn du mal... Und die können nur eine Frage stellen, was auch gut ist. Perfekt, dann hast du nicht das Chaos im Chat. Genau. Oh, da geht nichts unter. Du kannst relativ leicht wahrscheinlich auf die wieder zugreifen, ne? Ja. Das ist super einfach. Also für den Livestream wäre das tatsächlich eine gute Sache. Ich bin gerade so ein bisschen am strugglen und überlegen, was wir hier nochmal für Items in der Verarbeitung hatten. Wir hatten hier Kelp-to-Kelb-Blocks. Genau, Kuchen, Kelp-to-Kelb-Blocks. Was hatten wir noch? Ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, ob wir nicht doch ein bisschen das streichen und nicht so ganz viele Items nehmen. Für mich reichen auch ein paar. Sollte okay sein oder nicht? Zwei wären am besten. Ja, zwei. Ich mach zwei Items, ist okay, oder? Ich würde sagen, ja. Da sollte auf jeden Fall das Ofenmaterial bei sein. Und genau, was ich machen würde als zwei Items, wäre einmal Kelp, Dried Kelp-Block und Cake. Ja, würde ich sagen. Cake ist cool, weil da kommen nochmal einige Farmen hinzu. Bone Mehl hatten wir, glaube ich, noch gesagt als Item, ne? Bone Mehl, stimmt. Ja, aber das können wir auch so lassen, als sagen wir, kommt durch die Fischfarm und gut ist. Wofür brauchen wir denn Bone Mehl nochmal? Äh, für so Nano-Food-Farm, die funktionieren, aber die sind auch halb-manuell. Also da musst du dann als Spieler wenigstens eine Tester gedrückt haben. Ja, aber wenn die eh halb-manuell ist, dann können wir doch einfach die ganzen Knochen dorthin legen und dann muss man die einmal schnell in sein Crafting-Feld reinpacken und fertig. Ich würde auch sagen, dass ich lieber, äh, die Kuchen nehme als Bone Mehl. Außerdem lassen sich leichter transportieren. Ich finde das besser. Wir machen das nämlich mit Knochen. Äh, Knochen lassen sich auch leichter transportieren. Du kannst besser ein Stack Knochen in deinem Inventar mitnehmen als vier Stacks, äh, drei Stacks Knochen Mehl. Ja, das stimmt. Die kannst du ja instant in deinem Crafting-Feld verarbeiten. Finde ich besser als Bone Mehl, Knochen direkt zu nehmen. Ich habe jetzt auch nochmal eine optische Frage an dich, Josef. Ja, okay, falls ich die überhaupt beantworten kann. Theoretisch könnte, siehst du, bist du gerade mit drin? So kurz, so kurz, warte, 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 warte. Entschuldigung, ich bin nicht so schnell. Mit dem Tempo komme ich gar nicht hinterher. Warte. So, jetzt komme ich zu dir. Theoretisch könnte ich hier auch noch Portale an die Seite setzen. Das würde vom Platz noch passen. Wo genau? Ja, hier, dass ich sozusagen, äh, das verjunge. Für die Zombie-Pigmen ist das kein Problem. Die finden den Weg immer hier hin. Aber das wird dann halt die Optik total kaputt machen. Ach doch, die Optik ist unterirdisch egal. Aber lass es meinetwegen auch so. Die Effizität ist schon wegen... Da kann man irgendeinen Gang hier entlang machen. Genau, lass es einfach so. Guck mal, wenn jetzt hier ein Zombie-Pigman ist, der erkennt das, versucht er hinzulaufen, denkt, die Lücke ist nicht vorhanden und... Tschüssikowski. Zack, fällt er runter. Hier an den Seiten natürlich nicht, da muss man überlegen, ob man eine Fläche einbaut. Aber das reicht. Ich glaube, das reicht so, wenn es nicht die Effizienz steigern. Das heißt... Entschuldigung. Alles gut. Wer schluckt? Ich zünde mir einmal kurz den Flint und Steel. Zünde den ganzen Kram hier wieder an. Das heißt, wir haben hier mehr Portale. Und auch hier vorne. Willst du gleich mal den Random-Tick-Speed auf... Drei ist Standard... Oh, Mist, warte. Drei ist Standard. Drei Millionen Stellen? Können wir machen. Nein, drei Millionen nicht. Mach mal zehn. Das reicht schon, um zu zeigen, wie effizient das sein sollte. Warte. Erstmal musst du die ganzen Portale-Egenheiten. Ja, ja, die sind schon da. Oh, leckt das hier. Eieieiei. Alter. Die Portale oder was? Die Portale. Selbst mein Computer hier. Was? Bei mir läuft das jetzt perfekt flüssig. Alter, bei mir bricht alles zusammen gerade. Ich laufe hier gerade auf zwölf Frames per Second. Bist du da durchgeflogen? Aber du hast Partikel nicht eingeschaltet, junger Mann hier, ne? Ach so, ja, ja, das kann sein. Ich habe Partikel aus. Ich mache mal kurz bei mir Partikel aus. Ich habe nur die genervigen Sounds. Decreased. Ja, jetzt ist wunderbar. Kein Problem, jetzt lag es nicht mehr. Okay, pass auf. Achtung, wir zählen runter. Zähl mal runter von fünf oder so. Fünf, vier, drei, ja, zwei, eins, go. Jetzt lag es bei mir auch. Ich stelle sie wieder zurück. Wie viel hast du das gestellt? Tausend. Schau dir erst an, wie viele da reinkommen direkt. Aber das ist gut, guck mal. Du siehst, dass sie sich selbst, wenn die sich gegenseitig hier schieben, nicht bis zum Icon. Guck dir mal die ganzen Farben jetzt an, die alle kollabieren. Ja, ja, ja. Ja, 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 das hatten wir letzte Mal vor der Folge schon. Die ganzen Sachen wachsen hier natürlich. Die ganzen, äh, hier wachsen. Alter, unsere Melonenfarben ist effizient. Guck dir mal im Lager. Kannst du jetzt ja, die habe ich ja alle gleichzeitig aktiviert ungefähr, ne? Kannst du mal gucken, wie weit die Kisten schon alle gefüllt sind. Warte, warte, ich komme mal nach unten. Die ersten vier, die ersten vier hatte ich ja schon befüllt. Ja. Aber warte mal. Heftig. Die Melonenfarben, klar, du hast mehr. Aber auch die Weedfarben und so ist voll gut. Du musst, ihr müsst wissen, wir sind hier nicht im AFK-Modus drauf. Äh, wir, wir nehmen eigentlich nur, also wir spielen nur, wenn wir aufnehmen, ne? Und zwischendurch wird der Server gestoppt. Also wir schalten den Server aus zwischen den Folgen. Damit einfach niemand, kein Grief oder sonst, ne? Das ist wirklich, der Server ist nur dann an, wenn wir hier aufnehmen. Das ist, ne? Ja. Schon krass. Ja, krass. Wenn wir dann mal die anderen eingerichtet haben, können wir tatsächlich mal einen Test machen, wie lange oder wie viel das dann noch dazu bringt zu den zusätzlichen Sachen. Ah, viel. Das wird aufhören von einer Menge. Gut. Effizient. Ja, ihr habt auf jeden Fall gesehen, dass die Goldfarben jetzt effizienter laufen sollte. Wir haben mehr Portalfläche. Wir müssen nicht mehr jetzt hier in der Mitte sein, damit die Farm funktioniert. Die sollte jetzt komplett alleine funktionieren. Das heißt, wir haben in dieser Folge und in der letzten Woche jetzt die beiden Farben auf jeden Fall schon mal um einiges improved, verbessert. Ich werde jetzt hier gleich oben die hässlichen Sachen nochmal kurz verbessern, damit das im einheitlichen Look ist. Und dann geht es bei dir morgen mit deiner Crafting-Technik weiter. Da bist du ja auch ein Stück weiter gekommen. Oh ja. Und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und morgen geht es dann bei Josef weiter. Ciao, Leute.